Servus, euer Live-Club schon mit einem neuen Commentary auf dem Clan-Channel, im Hintergrund seht ihr eine 120 Sekunden-Nuklear von Reflex, Assault-Nuklear auf Hijacked, Solo. Ja, und ihr habt sicher mitbekommen, dass wir hier nicht so viel hochgeladen haben in letzter Zeit, das liegt daran, dass zwei Männer gequittet sind, die relativ aktiv auf YouTube waren. Ja, und deshalb machen wir uns jetzt einen neuen Uploadplan und laden nur noch drei Videos die Woche hoch, und zwar Dienstag, Donnerstag und Sonntag. Dienstag kommt meistens eine schnelle Nuklear oder eine Mob oder was auch immer. Donnerstag kommt ein Themen-Kommentary und Sonntag kommt entweder eine Live-Serie, also ein Live-Kommentary oder Clips of the Week, also im Zwei-Wochen-Tag wechselt das dann immer. Ja, das war's eigentlich schon, was ich sagen wollte und haut rein. Ja, das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020